Guten Morgen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Ich habe eine sehr interessante Frage bekommen. Und zwar fragte mich eine Geschäftspartnerin, sagte, sage mal, ich habe einen Mitarbeiter, der ist so extrem schüchtern. Ach, was kann man denn da machen? Und jetzt ist mir eins ganz wichtig, Schüchternheit ist etwas, das ist ja eine Angst vor Situationen. Schüchternheit ist etwas, was bei vielen Menschen ist, die einfach sagen, hey, was passiert denn jetzt eigentlich? Was kommt denn jetzt raus? Und ich weiß gar nicht, wie reagieren Menschen? Und wenn du jetzt jemanden hast, der extrem schüchtern ist, dann geht es erstmal darum, was ist da passiert? Ich behaupte, jeder Mensch auf dieser Erde ist von Anfang an ein guter Kommunikator. Stell dir einfach mal vor, zwei-, dreijährige Kinder, was machen die denn? Ja, die plappern. Dann werden sie irgendwann vier, fünf und die plappern weiter. Und dann kommt irgendwann, man spricht nicht, wenn sich Erwachsenen unterhalten. Oder, Mensch, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. Und ich hatte einen Trainerkollegen, der hat folgendes Erlebnis gehabt, in der Straßenbahn. Ihn hat jemand angesprochen und ich habe das auch schon erlebt, dass ein Kind jemand anspricht und Mama dann sagt, man spricht keine fremden Menschen an. So und das passiert drei, vier, fünf, sechs Mal und dann geht es los im Kopf. Ah, Mama hat ja gesagt, man darf nicht reden. Und dann wird es ruhiger und ruhiger und ruhiger. Und irgendwann, irgendwann ist ein Kind an der Position oder auch ein Erwachsener an der Position und dann sind die Sachen im Kopf drin. Du darfst nicht reden, halte dich zurück, sei bitte ruhig. Man lässt den anderen das Wort, man redet nicht dazwischen. Das sind alles Punkte, warum Menschen plötzlich nicht mehr reden. Nochmal, wir alle sind doch am Anfang super kommunikativ. Wir fragen, fragen. Wir stupsen an Papa, 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 so lange, bis die Aufmerksamkeit da ist. Jetzt mach das mal heute. Du Chef, 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 Chef. Ja, das haben wir gelernt, dass man das nicht macht. So, und das Spannende ist aber, wenn jemand jetzt besonders schüchtern ist, mal herauszubekommen, woran liegt das eigentlich? Ich behaupte, man braucht so zwei, drei Tage. Zwei, drei Tage intensives Training und dann wird die Person wesentlich offener sein, weil sie plötzlich eine Selbstsicherheit hat, weil sie eine Sicherheit hat zu sagen, hey, ich kann reden, ich darf reden und vor allem, man möchte mir zuhören. Denn nochmal, jeder von uns hat doch etwas, was er anderen Menschen beibringen kann, was er anderen Menschen erzählen kann. So, das war mal ein kurzer Einblick darin, was für Fragen ich bekomme. Solltest du Fragen haben, schreib es gern unten drunter rein. Und ich freue mich dann nämlich auch auf diese Fragen eingehen zu können und hier im Video das Ganze darstellen zu können. An der Stelle, hab einen schönen Tag, hab eine gute Zeit und bis demnächst. Tschüss!